einen wunderschönen guten tag youtube und herzlich willkommen zu diesem endlich mal wieder video ach leute ich glaube ich schreibe es auch so in den titel 20 23 nervt für euch ein bisschen ausblick auf den schwäbischen raps ja vatertag ist vorbei das ist eigentlich so meine vatertagsstrecke hier aber da ich am vatertag leider nicht fahren konnte hol ich das jetzt heute nach was ist heute sonntag der 21 also was war 22 kanal ja ich bin tatsächlich seit dem video anfang april effektiv noch einmal in die arbeit gefahren und das war's ich habe gerade auf meinen oktoberspip aufgetankt von dem ich gerade mal 100 kilometer weg gefahren habe wie gesagt diese saison ist bisher echt ein schlechter witz aber das äußert sich halt insbesondere für mich auch an vielen vielen verschiedenen sachen ich meine ich arbeite ja auch im motorrad bereich und mein gott irgendwie gefühlt 70 prozent unsere umsätze haben jetzt hauptsächlich fahrschüler gemacht man die werkstatt die 200 300 meter weiter ist war letztens mechaniker da der exakt es wurden teilweise noch nicht mal die ganzen überwinterungs motorräder und so weiter von den kunden abgeholt also es ist echt ein trauerspiel ich hoffe mal die tonqualität ist besser als im letzten video weil keine ahnung was über den winter mit meinem mikro los war das war ja echt sicherlich also dafür entschuldige ich mich noch mal und hoffe dass es jetzt wieder besser ist ja dann abgesehen von diesem schmarrn mit der arbeit dass dann nichts vorwärts geht dann ach ich weiß nicht gesundheitlich auch immer wieder angeschlagen und ganz viele sachen wo ich mich herum ärgern muss mit dem umwetter vor zwei wochen in bayern hat mein auto auch ein hagelschaden und paar tage davor ist bei meiner partnerin ins auto und stein eingeschlagen von so einem aufsitz rasenmäher und hat die tür demoliert und jetzt muss man sich da mit der versicherung um streiten mein wir haben zwar dashcams in den autos und man sieht sogar den stein also ich bin dann vorbeigefahren in der stadt mit 30 und man hört den einschlag und alle sind theoretisch hat das vor ort auch eingesehen aber mein gott ihr wisst ja wie das immer ist keine ahnung na seid ihr schon ein bisschen was gefahren oder seid ihr auch noch relativ faul ich meine ich habe auch schon bekannte und auch ein paar kunden oder sowas die gesagt haben ich habe schon 1000 2000 kilometer abgespult oder sonst irgendwas wo ich mir denkt ja und im nächsten satz meckerst du halt darüber dass das wetter scheiße ist ich meine ich mir gibt fahren im regen halt einfach nichts ich brauche das nicht wenigstens einigermaßen warm und trocken sollte es schon sein weil ich habe davon nichts anderes dann setze ich mich ins auto fahren die arbeit und verbringen den tag mit freunden wenn ich frei habe und das wetter ist halt zum motorrad fahren scheiße warum sollte ich mich zu fahren bei wetter zwingen wo ich keinen bock drauf habe ich hoffe halt einfach dass es jetzt sagen wirklich los geht weil wie gesagt ich habe einige touren geplant die ich fahren möchte und natürlich ist sicher auch meinen job wenn etwas mehr motorradfahrer unterwegs sind ich meine natürlich fehlt mir das das gas geben diese man die art der beschleunigung ihr wisst es selber ist das ganz anderes als im auto diese freiheit auf dem motorrad wir brauchen nicht reden ihr wisst selber worum es geht sonst würdet ihr keine motorradvideos gucken ja wir finden für meine partnerin einfach keine neue hose die ihr passt das ist echt lächerlich weil sie ist einfach zu groß und zu schlank wir haben momentan echt probleme für sie zu finden ach ja irgendwo ist überall der wurm drinnen dieses jahr und ich hoffe bei euch wird es besser ja ich werde jetzt heute einfach so eine kleine ja was sind es denn 180 kilometer überland tour machen weil nach österreich fahren lohnt sich nicht nachdem da überall schnee liegt momentan die meisten pässe sind immer noch zu oder wieder zu etc an diese neuen bridgestone reifen ich musste jetzt leider nochmal bridgestone aufziehen lassen ich weiß nicht ob ich das gut finde wenn ich den lenker nur so berühre und die maschine fängt das kippen an naja egal muss ich mich halt dran gewöhnen aber halt überlegt keine ahnung das wäre jetzt so eine prädestinierte nachmittag für eine namenlos runde oder sowas habe ich wetterbericht von da drüben angeschaut ich meine hier sind es jetzt schöne 23 grad heute bewölkt das ist schön da drüben sind es halt einfach neun und nass und feucht und nachts noch ein bisschen überfrieren und wie gesagt wir müssen mal gucken in zukunft für die ganzen bayer und allgäuer werden was würde ja jetzt auch machen eine ahnung fernpass klar es macht keinen spaß das sind viele autos aber gerade für mich wenn ich mal unter der woche fahren oder ist fernpass eigentlich gar nicht so schlimm am wochenende ist es halt schlimm ja und da dann jetzt irgendwie 11 euro maut zu zahlen ein weg das täglich nicht egal ich werde heute einfach mal zwischendurch die kamera ein bisschen anschalten und irgendwas erzählen vielleicht auch mal irgendwas nicht erzählen also sprich einfach mal ein bisschen die rapsfelder und sowas zeigen ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte Sollte Eigentlich hatte ich gerade eine Pause gemacht, um mal was zu trinken und so. Ich habe da eigentlich ein richtig schönes Panoramaplätzchen gesucht, mit einer Bank, wo man richtig schön so einen Panoramablick übers Allgäuer Wald- und Feldleben hatte, aber naja, danke GoPro. Ja, und dann lasse ich euch eigentlich mal noch in einer sehr schönen Birkenallee gefragt, was habt ihr denn eigentlich dieses Jahr so vor? Motorradtouren, technisch macht ihr den richtigen Motorradurlaub oder habt ihr irgendwelche Touren vor? Aber, was natürlich für mich auch immer eine Sache ist, wenn ihr irgendwie geile Tipps in Tirol, Südtirol oder sowas habt, die vielleicht jetzt nicht so bekannt und Standard sind, dann natürlich gerne auch in die Kommentare reinhauen und wer weiß, vielleicht fahr ich das dann ja auch mal, weil ich suche definitiv noch ein paar Ideen außerhalb dem Einheitsbrei, sag ich mal, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Jaufenpass oder sowas eingebe, dann kommt da natürlich das ein oder andere Video schon auf YouTube vor. Und irgendwas nicht ganz so bekannt ist, wäre natürlich auch cool, wenn ihr das dann mit mir teilen möchtet, auf die Gefahr hin, dass meine unfassbar große Viewerschaft, nicht böse gemeint, dann einen Ansturm auf diesen Geheimtipp machen wird. Also so Rapsfelder, die schön blühen, riechen eigentlich schon echt gut, oder? So, und in diesem friedlichen Waldstück ohne Sonne, na gut, mit ein bisschen Sonne, verabschiede ich mich heute auch wieder. Nur so zwölf Kilometer bis nach Hause. Man soll es ja am Anfang nicht übertreiben. Hat man leider auch wieder gesehen, Vatertags sind alleine in meiner größeren Umgebung, sage ich jetzt mal, alleine wieder viel tödliche Unfälle mit Motorradfahren gewesen. Denkt daran, Leute, die Saison fängt gerade erst an, vielleicht seid ihr noch nicht so viel gefahren. Lasst euch, euren Geist, euren Körper erst, seid wieder reinzukommen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal gesund und munter zu einem neuen Video. Ich hoffe, ganz bald aus den Bergen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Schön im Sattel bleiben, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.